Jetzt zündet es und vor allem perfekt beschichtet, ja. Leistung sehen wir wieder, 700 Watt und vor allem leicht zu reinigen, auch Spülmaschinen geeignet, ganz leicht auszuwechseln. Also das finde ich jetzt echt mal ein tolles Gerät. Und das ist halt super, das Gerät ersetzt halt sechs andere Geräte. Hey, du kannst einen Raclette-Grill draus machen quasi sozusagen, du kannst Würstchen grillen, du kannst Sticks grillen, wenn sie kein offenes Feuer machen, sie können Waffeln machen, du kannst Donuts machen, du kannst Klapp-Sandwich machen und es geht alles in Windesein. Ja, natürlich, weil sonst habe ich früher einen Sandwich-Maker gehabt, die stehen mir, irgendwann kommen die mir zu den Ohren raus, weil ich irgendwann mal was anderes... Du wirst was anderes mal mitmachen, genau. Ja, natürlich. Und das ist halt der Vorteil, da mache ich halt mal ein schönes Omelette in der Früh, da nutze ich das auch wieder. Oder mal eine Waffel, die muss ja nicht auch immer süß sein, die kann ja auch mal herzhaft sein. Wie gesagt, Rezepte kann man bei uns ja auf der Seite ablesen. Da könntest du auch ein Crepe teilweise machen, oder? Machst du das drauf und kopfst du ein. Ja, natürlich, kann ich das machen, super. Vor allem, da bin ich auf Nummer sicher. Perfekte Form, so soll es sein, das muss ich erstmal in der Pfanne als Profi hinbekommen. Hier, Grillen mit der wunderbaren Grillplatte. Das Grillergebnis, die richtigen Grillstreifen, ja. Das heißt also, ich brauche das bloß dann einfach austauschen, reinsetzen und in den Geschirrspüler packen. Ganz leicht auszuwechseln, genau, in den Geschirrspüler packen. Guck mal, Donuts, Grill, Sandwich. Das macht richtig Freude. Und vor allem perfekt antihaftbeschichtet, einfach mit Wechsel einsetzen, ja, im Hand und Drehen wechseln und einfach wieder nach Gusto genießen. Das Gerät erklärt sich ja von selbst. Also, wenn Sie Kinder zu Hause haben, ich meine, gerade Donuts, das macht auch Spaß mit denen oder so, ne? Ah, das macht man doch, natürlich. Vor allem vorarbeiten, dann wunderbar schön nach Gusto ausgarnieren, einfach mal so eine Party machen. Wir haben es ja selber auch mal gemacht. Das steht bei uns zu Hause, ne, der eine mag ein Omelette, dann gibt es wieder andere, die mögen das Sandwich. Das, genau, ja. Können Sie sich dann selber machen, man kann die Sandwiches vormachen und jeder bäckt die nach Gusto selbst. Hier vorne haben wir die Backampel, die erklärt natürlich sich selbst. Das heißt, rot heißt einfach, es heißt, grün ist es fertig, dann können wir auch mal nachschauen. Ganz leicht hier oben auch zu öffnen. Jetzt schauen Sie sich das an, Sie sind doch dabei gewesen. Wie lange hat es gedauert? Zwei Minuten noch nicht, noch nicht mal. Maximal. Hier, das sind Waffeln. So, guten Appetit. So müssen sie sein. Richtige, belgische, wunderbare, heiße Waffeln, weil es so schön ist. Gleich nochmal. Guck dir das mal an. Ja, vor allem, die sind nicht labberig, die sind genauso, wie sie sein sollen. Ne, hier einfach runterklappen. Und haben Sie gesehen, dass ich einmal was eingefettet habe? Nix. Natürlich nicht. Und es geht weiter. Perfekt antihaftbeschichtet. Unabhängig noch von der Trendfarbe, die natürlich auch wieder... Oder? Die Lime Green, toll. Ja, perfekt. Achtung, 36 Euro ist heute leider nur einmalig auf Sendung. Die nächsten Anrufe, ich meine das ernst, liebe Kunden, Sie brauchen nicht im Callcenter anrufen, das gibt es nirgendwo günstiger. Wir haben zu wenig verkauft, ich gehe ganz offensiv damit um. Ich werde, das haben wir noch nie übrigens gemacht, dass wir an einem Tag ein 24-Stunden-Angebot in einem Preis um die Hälfte reduziert haben. Aber nicht, falls nichts taucht oder nicht ist. Nein. Wir haben einfach so viel gekauft, damit wir den Preis überhaupt machen können. Richtig, genau. Und wir haben gesagt, was übrig bleibt, verschenken wir zum Schluss. Ja. Ja, das war mir irgendwie... Wahnsinn. Ich finde das Gerät auch toll, aber irgendwie, weißt du... Wie gesagt, das sind sechs Geräte in einem. Einfach mal Sandwiches machen, das macht Freude. Diese Einsätze können Sie alle komplett wechseln. Ohne weiteres kann ich die wechseln. Donuts, Omelettes, Grill. Haben Sie, wohnen Sie irgendwo in einem Hochhaus, einem Stadthaus, wo ich keinen offenen Grill habe. Das ist gerade am Balkon, man darf da gar nicht nochmal grillen. Eben, eben. Also bei uns in der Großstadt ist es auch verboten, in den Mietverträgen steht das überall drin. Aber hier, das dürfen Sie, weil Sie haben ja hier keine Geruchsentwicklung. Das passt ja wie gesagt auch auf jeden Wohnzimmer. Das dampft nicht. Ist dir das aufgefallen? Das dampft nicht? Ja. Ja. Und macht auch keinen Dreck? Überhaupt nicht. Es ist ein sauberes Arbeit, es ist ein sicheres Arbeit. Ist klein, ist handlich. Super. Lässt sich leicht auch verstauen, das muss man auch dazu sagen. Mann, was waren das für erste Waffeleisen, die die Mama damals hatte in den 80er Jahren. Das hat das Zeug geklebt, der hat gesagt, Mama, das ist ja keine Waffel oder sowas. Richtig. Da waren die Dinger irgendwie... Ja und dann kamen doch die Sandwichmaker auf den Markt. Ja, aber da konnte ich nur Sandwiches machen. Guck mal. Wie kann ich mehr machen? Allein ein Donutmaker, der ja im Hand ist. Diese Geräte werden sonst alle einzeln verkauft. Entweder als Waffelautomat, als Sandwichautomat, als Grillplatte oder als Donutautomat. Das habe ich doch nicht. Aber hier kann ich endlich mal auf alles zurückgreifen. Und vor allem der Preis. Hier kann ich herzhaft machen, hier kann ich süß machen. Hier kann ich nachmittags den Kindergeburtstag machen. So, wenn ich jetzt sechs Geräte mal durchteile, dann komme ich nur auf fünf Euro raus. Fünf Euro ein paar Zerqueste. Der Wahnsinn. Also ein Gerät fünf Euro. Ja, vor allem mit der perfekten Beschichtung. Das ist ja auch der ideale Grill. Ja. Wie gesagt, Griddelplatte, alles das kann ich machen. Sandwich-Einsätze. Hier schauen Sie mal die leckeren Donuts. Oder ein Omelett. Kriegen Sie ein Omelett mal in der Pfanne so hin. Das kann ich auch alles in Geschirrspüler packen, die Platten. Also du brauchst nichts rauskratzen, da bleibt nichts kleben. Das sind sechs Geräte in einem. Richtig. Kostet ein Gerät fünf Euro. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und vor allem es nimmt wenig Platz. Einfach nur einstecken. Das ist echt super. Vor allem es ist Tag für Tag im Einsatz am Wochenende ein schönes Omelett gemacht. Danach abends noch ein Sandwich für die Grillparty. Alles. Das ist Wahnsinn. Und das geht ja richtig schnell. Jetzt können wir mal nachschauen. Der gefällt dir, oder? Das ist der Knaller, das Ding. Dauert noch ein bisschen, ne? Aber die Grillampel zeigt es ja auch dann letzten Endes an. Wenn es grün ist, kann ich es dann rausnehmen. Und dann habe ich die belgischen Waffeln. Oh, liebes Publikum, bitte mitmachen. Wir stehen hier vom 24... Wir stehen hier beim 24-Stunden-Angebot. Also, haben Sie Lust auf das Geschenk des Tages? Wir machen aus dem 24-Stunden-Angebot den Abverkauf des Tages. Ja. Wir werden Ihnen... Und es gibt auch noch eine wichtige Information. Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt rausrücken darf. Es klingt jetzt echt blöd, aber Dosen werden teurer. Das stimmt. Es ist kein Witz, liebe Zuschauer. Der Dollarkurs gegenüber dem Eurokurs ist die erste Problematik an der Geschichte. Und dann gibt es noch zwei oder drei andere Problematiken. Sie werden bald Dosen im gesamten deutschen Raum nicht mehr für das Geld angeboten bekommen. Weder im Laden noch im Teleshopping. Das wird noch ungefähr zwei Monate dauern. Dann sind die ganzen alten Ladungen wegverkauft. Dann werden die Preise alle um 20 Prozent teurer werden. Achtung! Action! Wir gehen in die Turbo-Runde, meine Damen und Herren. Ab der nächsten Runde. Preisturbo kommt. Das heißt, ab 27 Euro färbt sich das Preis-Button fällt rot. Ist ein bisschen schade, weil es echt ein tolles Gerät ist. Also, es ist wirklich ein tolles Gerät. Ein trendiges Gerät. Sechs in Eins. Und das ist halt der Vorteil hier. Ich weiß ja sehr, sehr, gerade in der Vorweihnachtszeit. Dann kommen wieder alle an und wollen einen Donut-Maker oder einen Sandwich-Maker haben. Schlagen Sie doch einfach jetzt mal zu. Auch wenn Sie den vielleicht verschenken seien. Einfach mal irgendwo hinlegen. Den kann ich mitnehmen. Der ist variabel. Den kann ich im Garten mitnehmen. Den kann ich zur Kinderparty mitnehmen. Das ist doch egal. Ihr könnt das alles einfach oben und unten rausholen. Ihr könnt das, wo die Waffeln draufstecken, könnt ihr jetzt als Donuts einsetzen. Richtig. Ihr könnt als große Grillplatte einsetzen. Ihr könnt da mal Fischfleisch und Tapas drauf machen. Genau. Sandwiches. Sandwiches. Ja. Omelettes. Toll. Also alles. Das kann ich machen. 27 Euro. Weißt du was? Packen wir es an, oder? Komm. Wir ziehen es vor. Da kommen nur noch Anfragen. Alle glauben das nicht. Ich werde Ihnen jetzt etwas geben, was wir seit elf Jahren noch nicht ein einziges Mal zelebriert haben. Ich gehe da ganz offen und ehrlich um. Wir konnten es nur so günstig heute Morgen anbieten für 24 Euro, wo wir auf 18 Euro gefallen sind, weil wir einen riesen Posten eingekauft haben. Umso größer die Menge, umso größer der Posten, umso günstiger können wir verkaufen. Achtung, bitte schnell sein. 26 Euro, sechs in einem. Wahnsinn. Einfach, handlich, toll, ohne Fett, Kalorien fettreduziert arbeiten. Das macht groß und klein einfach Spaß. Ja, das macht ja auch Freude. Ja, wenn man so in Familie mal zusammensitzt, mit Freunden mal zusammensitzt. So, liebe Zuschauer.